In den letzten Jahren ist viel passiert. Ich konnte meine persönlichen Bestleistungen verbessern. Ich konnte neue Schweizerrekorde aufstellen. Ich konnte auch an vielen grossen Meetings teilnehmen und Erfahrungen sammeln. Zum einen war der Sieg an der Europameisterschaft zu den Junioren ein Highlight. Und zum anderen war es auch eine grosse Ehre an der Weltmeisterschaft zu starten. Für die nächste Saison nehmen wir einen guten Einstieg in die Hallensaison vor. Ich möchte meine persönliche Bestleistungen verbessern und einen internationalen Grossallist zu starten. Für die Zukunft nehmen wir vor, möglichst lange gesund zu bleiben. Und die Ostschweiz so gut wie möglich an den internationalen Grossallist zu werden. Untertitelung des ZDF und es lief hier. Durch die Zukunft leben. In diesem Jahr geht es uns zu sehen, dass Sie nicht mehr wissen müssen. Und dann wird noch über die Zukunft losgeblocken oder die Zukunft. Der Weltmeisterschaft mit dem Angriff. In diesem Jahr ist erdازend, dass wir die Zukunft auswtanerlen. Wir sehen uns zu können, dass wir die Zukunft des Abente Umfeldeskommissarzen waren. Untertitelung des ZDF, 2020